Hallo Leute, heute spielen wir wieder Zambi-Catches. Und ja, wir sind hier wieder hier beim Schnee. Ja, da sind die Zambis richtig schnell. Und ich habe hier wieder die Pudelmütze dabei. Ja. Einer Stufe, dann habe ich dann das Netz gewerft. Okay. Boah! Hoppies! Nein, nicht wegrennen! Nein! Alter! Cool, weiße Taube. Okay, lang Schnee sind jetzt richtig verdammt schnell. Tut mir leid, und ich schließe sogar mit den Ebenen. Die laden jederzeit nach. Okay, das war gerade nicht so einfach. Ihr denkt jetzt sicher, ich wäre ein Loob. Hä? So schnell? Wo denn? Okay, jetzt sind wir mal da am Streit. Du 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 du. Bei Beach. Okay. Das Wasser sah nicht echt aus. Ich konnte sogar mit meiner Harpune reinstecken. Hey! Komm wieder her! Nein! Nein! Hä? Was? Warum kommt... Warum kommt der bitte zurück? Wieso? Oh! Oh! Äh, danke! Jetzt habe ich ihn. Oh, so klein ist und lief. Oh, ich rasse sie so viel. Sterb! Nein! Ich habe einen blöden Jetpack. 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 Außerdem geht es jetzt ein bisschen besser. Ja. Oh nein! Okay, wir haben uns beendet. Oh, da haben wir die Produkte. Stay Doved Marshmallow. Und dieser Tier hier wurde aus Daddy's mehr gemacht. Ich weiß schon, was das ist. Yellow Snowden. Äh, 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 äh. Ja, und Daddy. Der Roboter hat gesagt, dass... Ja, sicher, wenn wir uns das in den Tier reingeben. Du weißt, äh, wenn wir... Dann hast du es in den Tier. Äh, äh. Okay, Leute. Äh, die Mission von dem T-Zombie halten wir später weiter. Und tschüss. Unsere